und so spreche ich heute in meiner lichtgestalt als goldener engel zu dir und sobald ich in diesem moment zu sprechen beginne beginnt sich mein lichtkörper auszudehnen und die energien aus jeder einzelnen dimension werden zu dir getragen und so bin ich gleichzeitig auf der erde in der dritten dimension und gleichzeitig in allen anderen dimensionen denn ich bin ein multidimensionales wesen ich kann in jeder dimension sein und so ist es möglich dass ich heute deine seele berühre dass ich den funken den samen für die dimensionen in dir mit neuer energie aufladen darf dies ist ein auftrag der geistigen welt aus den höchsten ebenen der liebe und dieser auftrag wurde mir übergeben damit ich dich heute in deiner energie anheben kann und damit deine seele spürt und erfährt wie es ist wenn sie sich erinnert dass sie selbst auch in jede dimensionen hineinreißen kann und so mache dich bereit atme in einem rhythmus welche die gut tut und entspanne dich denn es fließen schon die energien zu dir welche den samen das wundervolle samenkorn was deine seele trägt welches sie immer trägt dass dieses samenkorn mit der energie der höchsten liebe aufgeladen wird und nun in diesem moment fließt diese energie zu dir sie fließt ohne bedingung sie fließt voller kraft voller licht zu dir sie berührt das samenkorn welches du trägst sie gibt dir kraft dich daran zu erinnern dass du hier auf dieser erde in diesem moment hier und jetzt bei mir bist und deine aufgabe erkennst und zu öffnen sich nun die dimensionen für dich für welche du bereit bist und eine energieübertragung findet statt jetzt in diesem moment statt jetzt in diesem moment statt jetzt in diesem moment ein schreien 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Energien durchfluten dich und sie öffnen die Liebe in dir. Sie berühren dein Samenkorn und sie flüstern dir zu, hier ist dein Weg, gehe ihn. Gehe ihn und folge dem Licht, folge dem Licht, denn deine Seele wünscht sich dies so sehr. Und so spreche ich zu dir in meiner Funktion als Botin. Als Botin von Gottes unendlicher Liebe. Als goldener Engel. Und überbringe dir alles, was in diesem Moment für dich dienlich ist. Die Energien hüllen dich ein und du spürst deine Zugehörigkeit. Lass es zu tief zu fühlen. Lass es zu, so wie deine Seele zu sein. Lass es zu, so wie deine Seele zu sein. Amen. 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 Und so schwingt die Energie noch in dir. Sie schwingt und trägt dich heute den ganzen Tag. Immer wenn du daran denkst, wirst du dich erinnern. Dein Samenkorn ist erweckt. Und ich danke dir, dass du heute hier warst. Ja, dann komme wieder in das Hier und Jetzt zurück und versuche zu spüren, wie hier aus der Mitte dein Samenkorn dieses Licht ausstrahlt. Versuche dies zu spüren und zu halten, solange es möglich ist. Untertitelung des ZDF, 2020